Herzlich willkommen in diesem Video geht es um die drei besten Federkernmatratzen. Das High-End-Produkt in unserem Federkernmatratzetest geht an die Vapur Otto Plus. Egal ob Bauch-, Seiten- oder Rückenschläfer, die 7-Zonen-Tonnen-Taschenfedern bewirken eine hohe Punkteastizität und Anpassung an den Körper und ermöglichen einen geräuschlosen, erholsamen Schlaf. Gut zirkulierende Innenräume und die Belüftungskopseln sorgen für ein ausgezeichnetes Schlafklima und gute Luftzirkulation, so haben Milben, Bakterien oder Schimmel keine Chance. Perfekt für Menschen, die zum Schwitzen neigen. Der abnehmbare Matratzenbezug ist waschbar. Der Matratzenbezug besteht aus einem Doppeltuch mit 420 GR Temmquadrat und besonders angenehmer und hautverträglicher Füllung. Die 100x220 cm Taschenfederkernmatratze wird gerollt per Paketversand geliefert. Die Matratze mit Komfortschaum ist langlebig und formstabil. Made in Germany mit schadstoffgeprüften und Öko-TEX-Standard 100 Materialien produziert. Kostenfreie Rückgabe innerhalb von 30 Tagen Probeschlafen. Den besten Preis findest du unten in der Videobeschreibung. Der Qualitätssieger ist die Amazon Basics Federkernmatratze. Von der atmungsaktiven, weichen 3D-Strickware bis zum fortschrittlichen mehrlagigen Design mit individuellen Taschenfederkernen bietet diese Matratze höchsten Komfort. Sie ist fest und doch unterstützend und ideal für Menschen mit Nacken- und Rückenschmerzen. Die starken Federkernspiralen bewegen sich unabhängig voneinander, wenn sie sich in der Nacht umdrehen. Mit hunderten einzeln gewickelten Taschenfedern, die speziell dafür entwickelt wurden, alle Arten von Schläfern über Jahre hinweg optimal zu unterstützen, können sie tief und fest schlafen. Amazon Basics Taschenfederkernmatratzen sind frei von schädlichen Stoffen wie Formaldehut, Quecksilber und anderen Schwermetallen. Die Matratzen werden bakuumverpackt und ordentlich gerollt in einem Karton geliefert, damit sie leichter transportiert, getragen und ausgepackt werden können. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Federkernmatratze-Test ist die Traumnacht-Basic. Orthopädische 7-Zonen-Tonnen-Taschenfederkernmatratze passt sich optimal an ihre Körperkontur an und sorgt für einen erholsamen Schlaf. Atmungsaktive Mikrofaser hochwertig versteppt mit 100 Gramm Klimafaser, absorbiert Feuchtigkeit optimal und sorgt für ein trockenes Schlafklima, 4 Griffbänder zum einfachen Wenden der Matratze. Hochwertiger 400er Tonnentaschenfederkern mit 7 ergonomischen Liegezonen, beidseitig mit atmungsaktiver Komfortauflage aus Kaltschaum, Kernhöhe K 20 cm, Gesamthöhe K 22 cm. Durch einen eingenähten dreiseitigen Reißverschluss ist der Bezug leicht abnehmbar und bei 95 Grad waschbar. Traumnacht-Matratzen sind geprüft nach Ökotex-Standard 100. Das Traumnacht-Sortiment wird komplett in Deutschland entwickelt und in zertifizierten, besonders nachhaltigen Produktionsstätten in der EU produziert. Wenn dir das Video gefallen hat würden wir uns über ein Like als auch einem Abonnement freuen.